Hallöchen Pup-Hüchen! Herzlich Willkommen zurück zu The Adventure Map Evil Blinds Mansion! Und der Sebbe, ist da gerade irgendwas glaube ich? Nein, ich muss irgendwie parallel was sich räumen während ich auch noch... Achso, okay... Und Schuhmeter kam los! Papapam kriegen ein Schweinchen! Oh mein Gott, da sind noch Endermänner und noch mehr Schweine und... Ach nee, aber den Rest hab ich schon entsorgt! Während du weiterläufst muss sie auch gegen diese Schweinkämpfe, was jetzt hinter dir ist, haha... Da sagt er auch noch, haha... Weißt du, dass ich dich hasse? Ja... Ich hoffe jetzt einfach vor, so... Verdammt! Mach so wie immer! Nett! Ich bin weiter... Ich weiß zwar nicht wo ich bin, aber ich bin weiter... Du bist ne Leiter... Bin mir aber nicht sicher ob wir hier hin müssen... Bin ich hier... Bin ich hier... In einer Bibliothek? Ach, das ist quasi ein anderer Wegchen... Ah! Sorge! Hier, hier! Was machst du denn? Du stehst doch nur da! Ich versuche hier anzugreifen! Hier ist wieder so ein Scheiß-Skelett mit so einem Mega-Pfeilen! Ey, nicht mehr Ernst! Ey, das artet langsam eher in einem Tötungsdelikt gegen uns aus, als alles andere! Ey, bravo! Wir hatten ja diesen... Diese... Verspätungs-Scheiße da mit den Videos, ne? Ja... Von... Unser normalen Let's Play, ne? Und... Heute hab ich mir die Folge angeguckt, äh... Eben mit diesen zwei Abonnenten und da... Wie hab ich das gesagt, mit diesen zwei Abonnenten und da... Hast du so gesagt... Wir werden so... So'n... Todeszähler machen! So'n Video! Wo alle deine Tode gezeigt werden! Ja... Zu Silvester! Zu Silvester! Na Silvester ist bald! Werden wir das machen? Ah, wer weiß! Alle meine Tode? Alle deine Tode, so in einem Video zusammengeschnitten! Oh mein Gott! Wurz... Wurzst du die Schneider-Arbeit machen? Kann ich gerne machen! Dann gibt's für euch als Special alle Tode aus dem Minecraft-Folgen! Äh... Wo kommst du? Ja... Eigentlich schon! TP dich doch zu mir! Ich feiere grad irgendwie immer noch die Mucke! Das hat jetzt keiner gesehen! Lass mich doch wenigstens ausschreiben beim Teleportieren! Lass mich doch wenigstens ausschreiben beim Teleportieren! Nein! Scheiße! Ich bin doch tot! Doch doch auf! Ich glaub wir brauchen ne Platte, um hier was zu machen! Ich versteck mich! Es würde mal, wie ich mich hier verstecke, Alter! Wo bist du überhaupt? Bist du überhaupt noch da? Jaaaa... Ich wollte dich jetzt auch mal mal ein bisschen alleine quatschen lassen! Alter, was ist mit dir? In den Kisten hier ist ja gar nichts! Scheiße! Ich wollte hier aufm Balkon gehen und dann ist ja auch noch ein Skelett! Ich untersuch grad den rechten Flügel hier, ne? Ja, toll! Ich hab auch noch die Fackel aufm Balkon abgebaut und ich bin tot! Nein! Du wirst mich nicht! Ist da überhaupt Hilfe! Ich kann dir auch super helfen! Vor allem weil ich nur Steinschwerter habe, ne? Boah! Wo bist du denn? Draußen? Aufm Balkon? Ne! Gerade aufm Weg wieder nach oben! Na gut, komm da rechts! Ich warte da auf dich grade! Wenn ich hoch, komme direkt rechts! Ja. Du Scheiss! Skeleto! Greif ihn von hinten an! Greif ihn von hinten an! Jetzt kommt von hinten noch ein Skelet oder was? In der Raum! In der Raum! In der Raum! Komm hier rechts! Scheini! Wo bist du? Wehe an irgendeiner Leiter hinten in der Ecke! Das ist gleiche Idee. Ach, wir kommen zum Balkon hoch. Hey, hey, bleib hier oben, bleib hier oben, du mieses Auf. Oh oh. Oh. Wieso komm ich hier jetzt grad nicht raus? Ich weiß es nicht. Ich stirb doch. Komm raus. Nein. Alter, ich brauch dringend einen performanteren PC. Ne, von der Performance ist er eigentlich recht stabil, aber von der Grafikkarte halt nicht. Dollen Steinschwert. Ist halt wieder typisch Java, Java frisst Ressourcen, ey. Ich kann Java ein bisschen programmen. Ich mach da die Tür auf und dann gehen wir auf die drauf, okay? Alter, bist du wahnsinnig. 3, 2, 1, go. Einfach drauf loschlagen. Oh. Wenn ich mich erst mal wieder fokussieren könnte. Tot. CP dich. Der Raum ist safe. Aha, wo bin ich? Hier nimmer. Äh, wie noch was? Nee. Okay. Die hat Sachen. Da hinterlegt noch was. Probier mal den Befehler, es geht leider nicht. Die hab ich mal kennengelernt. Kenne jemand. Er geht aber leider nicht. Hä, wo sind meine Diamanten? Hä? Hä? Alter, guck mal. Es war, als wenn ein Pirate und ein Zombie. Ich würd grad sagen, ein Swimmingpool. Und dann steht dann zu mir um die Ecke. Was sieht, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Ist auch schön gemacht hier mit den Birkenholztüren. Dann kommen Geräusche aus. Lol. Selber, du verpasst hier so richtig ein schönes Bad. Aaaaah. Das ist ein schönes Bad, der Typ hier. So. Aaaaah. Ach man, ich kann mich nicht schlafen legen. Und ihr lässt alle Türen auf. Alter, bist du wohl verrückt? Nö, ich bin ich. Alter, ey. Ich würd so gern ein Feuerzeug, ne? Kannst jetzt nicht schlafen. Ist ein Monster in der Nähe. Schade. Du darfst mir gerne helfen. Wenn ich mich auch nur ansatzweise wieder richtig bewegen könnte, würd ich das sogar tun. Aber bei mir lagts gerade so extrem. Ich glaub, ich verlass jetzt gleich einmal ganz kurz den Server und komm danach wieder drauf. Und zwar exakt jetzt. Ich bin tot, super. Jetzt kannst du dich auch gerne zu mir teleporten, solange ich noch lebe. Also was ist das denn hier? Eine Wahlkabine oder was? In so einem hab ich mich vorhin versteckt. Naja, komm, wir müssen weiter. Ha. Ha ha. Gierschwert, muss ich mitnehmen. Na super, ey. Nein, ich hab keinen Bogen mehr. Warum hab ich keinen Bogen mehr? Ja, gibst du doch nicht. Wie gesagt, wenn du noch einen Bogen brauchst, dann komm zu mir. Ne, ich könnt mir sogar einen Hallen machen. Ich hab noch drei Stück bei mir im Inventar. Ich hab meinen Bogen einfach nur aus Versehen wegverlegt irgendwie so. Oder keine Ahnung. So, ich such mal den Ort, wo wir weiter müssen, ne. Dann sag ich dir Bescheid, okay? Ja. Ich guck mich hier derweil noch ein bisschen um. Ja, ich weiß, wo wir weiter müssen. Bin ich jetzt grad auch auf die Idee gekommen, dass es da oben sein müsste. Alter, wo? Rechts. Neh, weil die Türen zu machen selber. Denk dran. Ja, sorry. Ja, Brustpanzer. Ich brauch wieder einen Helm. Scheiße, ey, ich nehm mich denn jetzt. Äh, einen Helm hab ich für dich. Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier Eisen- und Goldhelm. Ich hab so viel Scheiße in meinem Inventar, ne. Bitteschön, einen Eisenhelm für dich, nicht unten. Ich hab ganz viel Scheiße. Ich brauch eigentlich gar nichts. Dankeschön fürs Einschließen. Immer wieder gern. Hier ist nichts. Okay, ready? Ähm, eigentlich nein, aber mach. Das war's doch dann noch nicht, oder? Äh, gegen Heroband könnten. Can start the fight. Arata the spider is still alive. Da ist der Endboss hier von der Mansion. Arata the spider, Sato the mage, Vanessa the witch. Äh, Arata haben wir noch nicht, ne? Ja, genau. Und dazu müssen wir wahrscheinlich wieder runter. Das ist dieser eine Nebengang, der im Raum drunter ist. Okay. Du meinst? Hä? Bei mir verschwinden die Sachen immer, wenn ich die in die Hand nehme. Scheiße. So. Wo bist du denn? Ich bin wieder runtergegangen. Okay. Wow. Tschüss. So, was ist denn hier oben? Ey, oben ist auch ne Kiste. Wie geil. Ich hab ne garne Kiste gefunden. Ja, und dann war ich runter, noch lieber. Scheiße, wie komm ich denn jetzt da runter? Laufen, 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 laufen. Bis auch mal kommen gegangen, oder was? Nein. Oder ganz runter wieder. Ganz runter. Ja, ich geh wieder und bekomme runter. Also diese mittlere Ebene gegenüber von dem letzten Bossfight, den wir hatten. Oder könnte hier dieser Bossfight sein? Fischi. Ich bin ja grad in der Bücherei. Ich stelle zu mir, das ist ein kleines Einzeluchs. Ich habe … ... ... ... ... ... Könnte ich auch mal wieder machen. Hab ich noch Eisenheimer? Nee. Also auch die ganzen Verzauberten hab ich jetzt mit kombiniert, ne? Jaja. Nee, ist auch nicht da, wo ich's jetzt vermutet hätte, dass der Bossfight ist. Wolltest du's denn vermutet? Wie gesagt, auf dieser Zwischenetage in diesem einen Gegengang hier. Ich glaube schon, dass der da irgendwo oben ist. Da haben wir doch jetzt alles abgesucht, oder nicht? Oh Gott, weg. Ah! Ich glaube hier. Das sieht doch schon mal ganz zufallsprechend aus im Vergleich dazu. Das ist doch der Balkon. Hier ist nichts. Geht's denn nirgendswo rein? Da geht's wieder nach oben. Was'n Kackwetter da draußen! Hey, ich weiß mittlerweile, dass's da nach oben geht. Sag, wenn du unten was findest. Ich guck heute hier oben. Ich guck mal hier noch ein bisschen weiter rum. Ne, oben ist es nicht. Ich geh mal wieder ein bisschen runter, ne? Irgendwo hier weiter unten sein. Ist das hier? Ist das hier? Das noch nicht. Und ich weiß nicht. Der schaue. Der schaue. Der schaue. Der schaue. Der schauerufe. Der schaue ist natürlich auch. Der schaue. Der schaue. Der schaue. Das ist ein bisschen anders. diese benete also wird schwach ganz unten noch ja da musste doch ganz oben sind auf jeder etage eine person die dabei eben nicht ganz oben sein wird auf jeder etage eine person ist dann müsste er auf der auf erdgeschoss sein die war doch im keller der kampf war doch unten im keller und wenn der endboss ganz oben ist dann muss folglich die spinne im erdgeschoss sein also das sagt mir jetzt meine logik mache ich mal auf den weg ins erdgeschoss und schaue mich da noch ein bisschen um na ich hab was wo denn ich hab's teleportier mich mal bitte ich bin gerade zu faul schau hier äh komm hier runter es waren einige der räume hab ich mir schon gedacht dass das da ist ne spinne ne spinne das muss im erdgeschoss sein ja rein theoretisch hätte es da sein müssen dann teleportier mich noch mal bitte nach oben oder start einfach den buskampf ne ich muss erstmal ein bisschen scheiße ist es ist drin gedrückt ich hab gar nichts gedrückt ich hab das drin gedrückt ja da hilf mir ich wollte erstmal alles spielen wie immer bei den er mich jetzt schon lauter ach man mann 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 man mann 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 ich bleib die große spinne ist der endboss ich sag gar nicht mal so schwer ich durfte mich so bescheuert anstellen würde mein welches Kämpfen Du kannst nicht um die Kerne spinnen. Wenn ich mich bewegen kann, dann ja! Meinerfalls nein! Ich halte die Spinne mal irgendwie hier so ein bisschen auf. Ey, die backt den Boden, diese Scheisspinne! Und ich dachte, ich wäre der Einzige, der hier rumbackt. Scheiss, wusste ich, da Spinne! Zum Glück back ich gerade keine Rumpel, zum Glück back ich gerade keine Rumpel, zum Glück pack ich gerade keine Rumpel. Hahaha, ahaha, ahaha, ahaha. Hast du erledigt? Keine Ahnung, sagst du Claire? Na, du, 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 du. Nach Ihnen, Monsieur! Gehen Sie zum Hauptboss! Ich, äh, hinge so lange in Spinnennetzen, ne? Hm? Ich hab mich so lange in Spinnennetzen aufgehängt. Hm. Außerdem bist du je tausendmal schneller als ich. Was? Du kannst was sagen? Now die! Wieso werde ich nicht teleportiert? Ey, der hat noch nicht mit dem Büro bei den Korb. Wie scheiße ist das denn? Hä? Augen ohne Pupillen. Wollte ich teleportiert? Nein, nicht von mir. Nein, ich mein vom Spiel, weil... Ach, da! Ah, ich brenne! Wuhuu! Burn, baby, burn, du-du-du-du-du! What's up? Oh, sterb, baby, sterb! Aber... Ich bin tot! Dann lebt doch endlich wieder! Hilfe! Ich lasse diesen Typen jetzt schon. Burn, baby, burn, du-du-du-du-du! Ich kann selber zu sehen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Oh, wow, wow, wow! Alter, dann kommt hier einer mit so'ner Schere auf mich zu! Und noch so'n Kack-Fritze! Alter! Scheiße, der wiederbelebt seine Kackviecher. Ich lasse den Typen. Ich glaube, wir müssen auch langsam mal beenden. Lass schnell beenden und dann wieder anfangen. Direkt in diesem Finale. Äh, nein, sorry, aber das Finale können wir nicht unterbrechen. Doch, Spannung aufbauen. Bist du gerade eben im Wiederbelebe-Screen? Nein. Ich bin jetzt gerade in diesem Du-bist-gestorben-Screen und warte eigentlich darauf, dass du da auch reinkommst. Denn dann haben wir ein ordentliches Folgenende und dann wir singen. Ja, und das war's. Bis gleich, tschüss.